Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wink soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fälle neuen Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. W millor? Wie ist denn das? Oh, boy, we're pilgrims in an unholy land. Got it. Let's get the hell out of here. What do you mean? You can't find Waggela. Go for it! Go for it! Go for it! You did nothing wrong. What you achieved with your medical research, what you achieved, you will be thankful for the next generation. I will take everything for you. It's the enemy, the front in Breitaufformation to break. The enemy took the enemy to Starnsdorf. The enemy operates now at the north of Starnsdorf between Frohnau and Pankow, and in the enemy is the enemy to Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst. The enemy took the enemy to Starnsdorf. With the enemy of Starnsdorf, will that all in order to come? My Führer? Steiner? Steiner konnte not enough enough for the enemy to mass the enemy. The enemy of Starnsdorf is not successful. The enemy blew everything up. They believed the enemy, 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 and the enemy. The enemy of Starnsdorf, Das war's für heute.